Ein gesamtgesellschaftlich größer Druck, der geherrscht haben soll, anlässlich nach zwei Jahren Pandemie und dass man an Pyrotechnik auch leicht rankommt und das zu größten Problemen geführt habe. Wir schauen es uns jetzt gemeinsam nochmal an. Unser erster Preisträger, der Genosche, Thomas Rostek. Polizeiangriffe auf die Feuerwehr. Wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass die Gewerkschaft der Polizei sich dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien Gruppen dynamische Prozesse, also ein gesamtgesellschaftlich großer Druck, der geherrscht hat, geherrscht haben soll, anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben versucht, genau, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben das zu großen Problemen geführt habe, richtig.